Moin zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Airsoft Gameplay bei der Area M. Der heutige Spielmodus nennt sich Türmchen bauen. Ziel ist es, auf dem Spielfeld versteckte Bausteine in der eigenen Farbe zu finden und bei einem bestimmten und entsprechend umkämpften Gebiet aufzutürmen. Gewonnen hat das Team mit dem höheren Türmchen. Leider waren an diesem Tag einige Scopecam-Aufnahmen zu dunkel und daher nicht zu gebrauchen. Dennoch viel Spaß mit dem Video. Geht die unsere? Ja. Die Hälfte von vorne? Circa 10 Meter. Komm ran. Wir ziehen noch eine vor in die Kuhle rein. Ja. Hältst du gerade? Ja. Die vorne? Ja. Hast du da irgendwo irgendwann einen Fein? Negativ. Achtung aus dem Holzhütte draus. Auf der Seite ist in der Holzhütte drin. Oh oh oh. Ich hab Kontakt. Jonas achte. Ich pieke. Hab ihn. Rechtsseite im Tor. Rechtsseite im Tor. Ich würde auf die linke Seite gehen. Kante vom Tor links. Hier? Wuhuuu. Konteerner? Ja. Ja hab Kontakte. Mehrere. Rechts auf der Straße. Der eine ist raus. Ja. Hab einen raus. Achtung da rett noch einer. Ab ihn. Ab einen. Das müsste eigentlich frei sein. Das ist ein Fenster vom Holzconteer. Alle, komm ran. Ja. 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 Rechts flankierend. Du kannst rechts rum vorbeiziehen. Da ist Deckung. Nach links runter. Da kannst du dich platzieren. ner auf den Fr? Ja. Hier unten. Ja. 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 HETt! Ja. 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 Das ist für uns aber, Achtung, Holzkontainer vielleicht. Hier ist doch sowas von Hit. Ich war nach links weg gerade jetzt. Ich war mir sehr unsicher, ob es ein Abpraller war oder nicht, daher bin ich lieber einmal mehr rausgegangen. Hier! Wir gehen jetzt da unten, wo es haustürt, auf die andere Seite. Bereit? Bereit. Kommt ihr mit? Kommt drauf! Gut. Bereit? Gut. Da ist blau. Ist das blau? Blau ist blau. Super! Links, Vertakt? Link. Ist das blau? Unten blau. Links neben uns ist blau. Ja. Achtung! Zwölf! Hinterm Tor! Einer raus! Einer raus! Einer raus am Tor! Komm noch einen durchs Fenster! Sehr gut! Das tut mir gar nicht so. Na, vorn aus nach oben. Vielleicht? Check. Yannik! Nachziehen! Ich zieh nach. Ich zieh vor! Dann zieh ich vor! Renn weiter! Renn weiter! Ich zieh! Wie war das da? Sicherlich! Wie kann der nicht fett gewesen sein? Sorry! Achtung! Achtung! Ah! Oh, untere Leute! Keiner mehr! Puh! Negativ! Negativ! Der ist nicht raus! Der ist noch drin! Habt sie! Der ist nicht raus! Rechts! Die sind auf der Straße! Nahkontakt! Rechts! Direkt auf der Straße! Zehn Meter! Der rechts ist raus! Sehr gut! Ey! Du hast gerade hier reingeschossen! Echt? Ja! Achtung! Wieder zwei im Haus! Rechte Seite! Janik! Zieh dich mal in die Deckung, wo du uns bald einen Feuerschutz nach vorne geben kannst! Die Runde war somit zu Ende und unser Team konnte mit einem größeren Türmchen die Runde für sich entscheiden. Vielen Dank fürs Zuschauen! Und falls das Video dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like oder Abo da! Bis zum nächsten Mal!